Ich sag dir, wie es ist. Rivka gegen Tapsi passiert schon, dann lass uns spielen. Okay. Spielst du Player 4, ja, ne? Ja. Außer. Ich will das ja. Klar. Egal. Diesmal Woid Herrmann. Diesmal Woid Herrmann. Wir haben ihn gerne noch gewonnen. Er ist ja ein Latias. Ja, ja. Latios. Ja, das Kahn kennt halt die Verwinderung-Geschichte nicht, warum du aussiehst wie ein Latios. Ach so. Wie Latios war das? Weil der Name Usleon kommt daher, dass Busan irgendwann bei Fogelmon einen Latios gefangen hat. Latios. Oder Latios. Und dann hat er Usleon genommen und dann hat er gesagt, er sieht aus wie ein Usleon. Oh, super gute Story. Super gute. Nichts davon ergibt sie nicht. Nichts davon ergibt sie nicht. Beste Kaffee. Ja, ich hab direkt aus dem Mindgame rausgekommen. Spott. Yes, das ist ein Game. Oh nein. Ich hab auch in ihm gebrannt. Der erste Kaffee. Er ist ein Team. Der Kaffee. Der Kaffee ist ein Team. Also, es ist eine Team. Der Kaffee ist ein Team. Der Kaffee ist ein Team. Das ist ein Team. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020